Und jetzt werden Sie zu Recht sagen, Moment mal, da fehlt da noch einer. Der Hit, der immer noch auf dem Oktoberfest läuft jedes Jahr. Das Video damals in der Karibik, eine Strandbar. Junge, paarungswillige Menschen haben ihre Luxuskörper aneinander gerieben. Hier ist die Originalstimme von Kaoma Lambada. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020